so dann wollen wir mal ich glaube immer hier so durch die gärten hindurch kommen wir von hinten an die polizeistationen ich hab mir doch ein gegeben als jetzt ein grüner gewesen hätte gesagt okay das ist so ein schulgebäude ich dachte du wärst hingefallen steck gerade fest hier kann man drum herum laufen so packen wir mal die kniffte aus vielleicht so was haben wir denn hier graue jeans hier hat sich jemand umgezogen auf jeden fall ich mach mal die tür vorne zu hier hat sich jemand umgezogen denn in den jeans war was drin polizei jacob bräuchten mit hast du ja wo ist meine jacke jetzt sind doch konnte die polizei jacke nicht anziehen deswegen wollte ich die andere jacke aus dem zweiten stockwerk ist das eine machete das ist so ein stun button button noch mal schwarze jeans ein magazin für für eine pistole scheint mir ich hab noch ein bisschen schweiz das liegt hier hinten bei mir wo ich gerade stehe oh ja das das nehme ich mit aha noch einem magazin ja nee 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 komm nicht raus du hast das pistol flash das nicht mitgenommen ne doch oder da wo du stehst ach da hier war nicht unten ne da war ich nicht da war ich nicht da war ich nicht also da lags mal was ist das denn mp5 plastic handgun auf mp5 haben wir keine ne nehmen wir trotzdem mal mit ne hallo take kann ich ihn mitnehmen das geht nicht da kommt sie angejoggt geh mal wieder hinten raus ja wo war denn hin hier neben müsste man da nicht da nicht ja hier lang ist da auch nicht Hilfe es ist die tür vor bevor die treppe hoch geht ahja so das wäre das ähm ähm wir müssen jetzt eigentlich auch relativ nah an einem krankenhaus sein ja das ist das gebäude hier bitte bitte würde ich ja mal vorschlagen über die leiter nach oben ne und die icons sind so schön ja die tür öffnen und hochklettern so ich bin auf dem dach ich hab ein bisschen Angst ne kann ich ja da vorne rein und die trappe runter ich könnte auch meine knifte also meine mein bomb gun wieder raus die bomb gun was haben wir denn hier alles so rum aber haben wir ja nichts also das sieht alles irgendwie ein bisschen schöner alles aus so hier ist so ein solch wie so ein wegweiser schild der war glaube ich vorher nicht da das weiß ich nicht das hab ich nicht mehr im kopf jetzt liegt aber zumindest mal das zeug darum wo es rumliegen soll immerhin was ist das denn also man findet man findet man findet ne danke das ist so ein so ein ähm ja äh chirurgen mützchen guck mal hier liegen zwei blood test kits wollen wir mal blood testen na klar komm mal rüber also es war eben da wo du raus kamst ich nehme mir eins ich nehme mir eins was anderes kannst du haben test your blood gucken ja jetzt bin ich gespannt mein bluttyp ist null positiv habe ich auch hey wir können uns gegenseitig mit blut versorgen ja einer von uns hätte sowieso glaube ich gekonnt wenn einer null plus ist oder da fragst du mich was also null weiß ich kann ich glaube null geht auf alles oder ja glaube ich ich kenne mich da nicht aus ich auch nicht ich weiß nur dass mein Vater null ist ich habe eine batterie oder ja ich habe eine batterie ich habe eine batterie und ich hätte auch Platz für ein defi der lag unten irgendwo rum liegen so viele weiße kittel rum das ist cool ich kann hier durch die wand hindurch eine leite hochklettern ist nicht wahr ich komme sofort warte halt stopp aber er fährt nicht er fährt nicht wieso fährt er nicht wieso fährt er nicht motor an also halt stopp warum kann ich denn da nicht rein close driver door to passenger seat motor an aussteigen licht ein klos der motor geht nicht an wie der geht nicht an ich kriege mutter nicht an alle weiter stand dass da war ein kanister abgebildet und eine batterie und dem kanister waren noch 25 prozent drinnen vielleicht ist die batterie auch leer licht ein ja ich sehe ich sehe das licht nicht angehen motor an wahrscheinlich ist die batterie leer open driver store aussteigen ah Mist ey wie komme ich denn hier raus open hood du musst die tür aufmachen ist doch auf jetzt ist sie zu die truck batterie ist okay ich nehme mal den kanister drink all bestimmt als fahrer einsteigen empty vessel wo ist denn hier der verfluchte tank auf der anderen seite die tippe ach da ja stimmt ich komme ich komme aus dem auto nicht raus du musst über das mausrad dann auswählen aussteigen view contents zum fahrersitz geil die aussteig ausstiegs animatoren ist hübsch mhm verstehe ich nicht new contents ja ist alles drin mann ich will mit der karre fahren ich fahr mal hier ich geh mal hier vorne weg motor an motor an licht ein two passenger seat jetzt bin ich auf der anderen seite close cabin door ja gut was kriegen wir hin open aussteigen wie kriegst du die mutterhaube wieder zu weiß ich nicht da waren remove wheel nee will ich dich will ich doch gar nicht open hood new contents remove wheel man braucht doch nur man braucht doch nur sprit und dings oder ne batterie sonst brauchen wir noch nicht mehr close cabin store view contents Oh, was war das für ein Symbol? Ah, Open Hood. Okay. Wieso fährt das Ding nicht? View Contents. Inspect. Drink all. Ne, ist noch alles drin. Ist Strom da? Äh, jetzt haben wir eins gefunden, ne? Hm. Ich will hier... Ich habe hier die Möglichkeit, das Rad zu entfernen, aber ich will es nicht, ganz ehrlich. Mal gucken, vielleicht ist ja auch der Reifen kaputt. Kannst du nur das eine wegmachen? Ne, ich kann alle wegmachen. Ach so, schade. Wie das rumzappelt, wenn du das wieder dran machst, ey. Halsfahrer. Einsteigen. Rotor an. Nichts. Kann ich vor, ich kann nicht zurück. Ich kann den Closedriver da aussteigen. Licht ein. Ich kann auch gar nicht lenken. Oder er lenkt zumindest mal nicht. Das Einzige, was ich mir halt wirklich denken könnte, ist, dass die Batterie leer ist. Aber die wird angezeigt als pristine. Ja, vielleicht ist die auch einfach nicht ramponiert oder so, sondern einfach halt nur leer. Die Animation hier zeigt aber auch, dass der Motor läuft. Was? Ja. Ja, wenn du mal so von der Seite reinguckst, siehst du dieses Rad, das dreht sich, also. Vielleicht ist es auch einfach nur am Rumspacken, keine Ahnung. Das kann auch sein. Ich würde mal sagen, wir gehen mal da gegenüber in das Gebäude, oder? Vielleicht findet man da ja eine Batterie. Äh, wo waren wir denn am Hospital? Ich geh mal hier rein. Ich will nicht allein die Seite drüber, da drüben hin. Welches meinst du, das mit... Das Schulgebäude da, oder was da immer ist. Lauf! Ja, könnte nur Schwule sein. Siegt aber nix. Immer hoch. Lässt mir jetzt keine Ruhe da mit dem LKW, ne? Ich weiß ja nicht, wo man irgendwie sowas findet. Irgendeine Batterie. Ich leg... Ich leg mich mal hier rein. Ich hab ja Google, mein Freund. Komm, leg dich mal hin. Okay. Day Z. Truck. Truck tanken. Ah, vielleicht... Wie tanke ich meinen Wagen an der Fuelpump auf? Aha. Fahrzeuge... Warum braucht man denn Fuelpump? Man kann doch einfach reinkippen. Äh... Oder nicht. Neues Fahrzeug. Wie tankt man die Kiste auf? Hehehehe. Na komm, lad schneller. Ach, da liegste. Das ist aber nicht der. Das ist nicht das Auto. Aber hat's fünf Trucks gefunden. V3S Vehicle Guide. Vielleicht ist es da... Das war doch ein V3S, ne? Guck mal, gerade nochmal. Ja, das war ein V3S. Where to find a vehicle... Fuel car, you know, five components, car exhaust, currently there are files with them, hm? None of these vehicle components were spawning. How to fuel up? Fuel tank in your... Should last long enough and a couple of laps. Check out this. Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... Uh, Yes. Then Igard and stab her Next. Vehicle glitches. Interesting notes. Approach, a pump with a optional... Fillah cohner estámit flowed. We can approach the fuel tankin �ёл Islamic tank. And select机ock. Tank füllen. Aber nur mit einer Pumpe, oder was? Also man kann diesen Kanister füllen und dann kann man mit diesem Kanister den Tank füllen. Aber der Kanister ist ja voll. Der Kanister hatte 25%. Ja, voll. So. View Contents. Schnapp dir mal das Teil hier. Die Pistolen nimmst du schön wieder mit.